Mahlzeit Leute, Knochen wieder hier. Heute bin ich mal wieder mit dem Nashorn unterwegs. Panzerjäger. Wollen wir glaube ich nicht weiter erklären. Naja, ich weiß gar nicht, ob ich es noch mal relativ unvorbereitet bin. Hab dafür schon ein paar Liter Bier enttäuscht. Ja, warum auch nicht. Mein Gott, es ist ja immerhin in der Woche. Ich werde mal gucken, was ich mache. Ich weiß gar nicht, was ich noch mal sage. Ich dachte mir so scheiße, nur noch mal ein Video auf hier. Wir haben ein bisschen War Thunder. Ich werde versuchen, so klar und deutlich wie möglich zu reden. Und ein bisschen weniger Ass. Also Panzerjäger. Ich habe schon mal ein Video gemacht. Ich weiß noch nicht mehr, wie gut ich eigentlich war. Oder was ich damit geleistet habe. Ich glaube, das waren so 5 Kills oder so. Müsste ich mir selber angucken. Bringt jetzt aber auch nichts, weil ich werde es mir ja nicht nebenbei angucken. Können. So, alle fahren zu B. Fahre ich natürlich auch zu B. Denn ich will mich ja irgendwie relativ sicher wägen hier. Ich hoffe, das klappt so alles, wie ich mir das da denke. Irgendwie gerade. So ein bisschen vorsichtiger sein. Ein bisschen weiter hinten halten. Das ist alles so voll. Scheiße, ey. Es fühlt sich fast so an, als wäre ich gleich weg. Ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach ein ziemlich unsicherer Punkt hier. Gerade für so ein schwach gepanzertes Fahrzeug wie mich hier. Da ist schon einer. Oh, komm. Stimmt. Ah, ist das alles? Fuck you. Jo. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Da haben wir zwei Minuten drin. Und hier ist gleich Feierabend. Es sollte so ein besseres Belohnungssystem geben. Dafür, dass man irgendwie, naja, mutig war. Auch wenn's vielleicht nicht gerade die cleverste, äh, der cleverste Schachzug war hier. Ich geh mal kurz in die Luft. So, meine Kollegen brauchen wir nicht beschützen. Das ist kein weiteres Flugzeug, was ich irgendwie abfangen könnte. Ich glaube, ich bin die Kamikaze-mäßig Routerbretter. Ich mein, das Arcade. So spielt eh jeder hier mittlerweile. Zack. Na, ein bisschen verfehlt. Ich finde aber, dass das, äh, Kamikaze-Fliegen irgendwie jetzt nicht mehr so einfach ist. Also, man kriegt das auch nicht mehr so offene Fahrzeuge so einfach kaputt. Habe ich das Gefühl, jedenfalls nicht, wenn man mit dem Flugzeug raufstürzt. Bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist. Oder ob das jetzt so zufällig, äh, sich hier gibt hier. Hier für das Optium! Ja, gut, wir haben nach langer Zeit mal wieder, äh, einen Vorteil. Der hoffentlich auch so bleiben wird. Ich bin jetzt natürlich sehr, sehr vorsichtig, denn mir fehlt schon, äh, so gut wie die halbe Mannschaft. Und ich habe keine Lust darauf, dass hier irgendwie... Äh, mein Fahrzeug irgendwie, ja, ne? Eine Minute braucht zum Nachladen oder dergleichen. Kann ich hier irgendwas machen? Scheiße, echt jetzt? Der ist irgendwie in der Kugel da oder fährt in dieser Rinne. Gehen wir mal in die Luft? Ich weiß nicht, ey. Na, zu spät. Hm! Ein bisschen Adlerito frühstücken, warum auch nicht? Ich muss endlich mal einen Kill machen, ey, das nervt mich. Ich kann mir vorstellen, dass es hier großartig entlohnt wird, wenn man zwar da ist und alles mögliche aushält, aber selber kaum aktiv sein konnte. Mal reinfallen, vielleicht hier. Scheiße, echt. Ey, ich denke mir auch gerade, warum schieße ich eigentlich, wo ich ganz genau weiß, ich werde diesen Baum treffen und mein Projektil wird dadurch abgefangen. Das ist total beknackt. So ganz blöd ist er auch nicht, bleibt ständig in Bewegung. Lass mal weg hier. Ja, ich dachte mir, vielleicht läuft das ein bisschen besser als letztens. Dabei weiß ich gar nicht mehr genau, wie es letztens lief. Letztens ist ja auch schon irgendwie drei Monate her oder so. Erstmal ein bisschen fliegen. Dann kriegt den hier kaputt, den M10. Ist ja auch offen. Naja, nee, nee, nee. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir dachte. Okay, ich kriege hier wahrscheinlich Abschusshilfen, Boni und Wafferini alles, aber keinen Kill zusammen. Aber es ist auch heftig hier. Es ist auch wirklich heftig hier. Ja, schön stock hier, ey. Nee, das kriege ich so nicht hin. Reicht ja mittlerweile schon, wenn ich überleben würde. Jetzt müssten sie um die sechs Minuten oder so oben sein und hier ist noch nichts großartig passiert. Außer, dass ich einiges überlebt habe. Überhin nichts groß abbekommen habe. Jetzt weiter. Wie kann ich die nicht anvisieren, ey? Ein Crit. Er fährt munter weiter. Warum auch nicht? Leck mich auch im Arsch, das ist ja nicht normal, ey. Ja. Scheiße, Mann. Da ist er. Da sind wir mal Pech im Unglück hier. Ich glaube, das wird nichts mehr. Leck mich hier im Arsch, Marie, ey. Echt, das gibt's ja gar nicht. Kriegst du noch den M10 hier irgendwie für... Oh, fuck you. So, jetzt ist ja fast die Mannschaft komplett hinüber. Ich denke nicht, dass ich hier nur einen Kill machen werde. Aber es ergibt sich auch meiner Meinung nach hier nicht wirklich. Vielleicht sehe ich das auch anders, als jetzt andere das sehen würden. Aber... Abschlusshilfe. Ja, komm, Mann. Und das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Bis jetzt beim nächsten Video. Also, haut rein. Macht den Juden. Bis denn dann. No, fuck it.